tach leute also das lager das neue steht und das alter ist entleert und abgerissen so sieht's aus das heißt wir könnten jetzt eigentlich auch das hier inklusive muss man so machen inklusive den abreißen ich kann doch schon mal weg um rita ist am ernten grayson und cementer die reißen das ab okay ich weiß nicht warum das prio 1 ist immer limit nerven zusammenbruch nein schädigt hülslager fach auch weil die emmeline tropf rumhaut oder weit aber die wütend die soll das lassen komm runter mädel ja und jetzt diese kaputt machen ja nee ist klar bloß blaue flecke ich denke wird automatisch repariert da guck dir das an ja so ein bisschen verlegt in transportiert holz im bett und so sehr gut kennen sehr gut so ja also holen wir zu ihr und wird nützliches kaputt zu machen ja das schönste man da habe ich bauen nice dann war es mal einen großen tisch da reinsetzen die frage wenn wir da jetzt den tisch hinsetzen und dann so ein paar hocker ja doch da kommt er ja da an ja schön vergnügen und dass man hier noch eine dartscheibe irgendwo hinsetzen zack sehr schön mit teppich verlegt sehr gut exzellent exzellent hier tisch und stühle drüben wird teppich verlegt sehr schick naja schon der nacht aber es wird langsam herbst wir brauchen die hütten das wichtig so auf geht es kent geht holzhacken sammelt er baut gräson auch teppich verlegen der rita erntet und emily kocht zum glück gräson mit nervenzusammenbruch auf dem weg zur arbeit ja das verständlich kenne ich kenne ich habe ich ungefähr fünfmal die woche überall jetzt wird bett gebaut wie geil ist das denn so kommen ja der gräson ist schon drin samantha hat es gebaut sie kriegt aggressive tiere gar nicht so sehen wir sind hier vorne und moment auch ein bisschen so jetzt hier kenne ich kenne pass auf hier kommen wir hierher und dann mal hierher ne hierher weißt du da wen sterben ok er hat irgendwie einen sterben gesehen von daher verfehlt, Alter, verfehlt, verfehlt nein, auch das noch komm nein , auch das noch okay, dann geht es wieder gut so, lass die Kühe zufrieden hier Angriff, okay, von wo? Von da die zwei noch jeder ist eines Weges gegen hier oh, die Betten sind gebaut den haben wir jetzt auch nicht zugewiesen Berita, oder? Berita und der Emelin sehr geil so okay, können wir den Rest nachher verschieben was, alte Ausrüstung hier geht doch noch ist doch noch gut so, alles gut so, das heißt, hier werden jetzt die Fenster noch gebastelt, hoffe ich so, Tisch und Stühle so, warte mal, wir werden jetzt die Kochstation da oben wegholen das ist die Kochstation bewegen und die kommt jetzt hier rein ganz fein so Kochstation so sieht es nämlich aus können wir hier nämlich kochen und auch gleich essen und dann ist die Frage Lager, Lagertruhe Kleiderwaffen, Kleiderwaffen und dann ist die Frage kommt wo es essen rein wochtes essen machen wir das erstmal so ok herr kommt her grason weiß was wichtig ist dann bauen wir hier hinten einfach was so und das muss auf jeden fall auch warm genug sein so würde ich sagen hier los ist eine große treppe hier einfach muss eine einfache möchte ich drehen hätte ich gesagt dann machen wir raum das ding setzen sie einfach mal hier drauf du komm da hin du komm da hin da schlafen sie schon so wie warm haben wir es hier im raum 11 grad außen auch 11 grad ok alle glücklich hier warte mal wo können wir hier waffen machen fünf mal bitte keine verbindendauflage so dass wir durchgehen hier klamotten ja es ist gelb recht noch für dieses jahr für winter und zwar die brauchen jäckchen haben wir nicht eine jacke ne haben wir nicht haben wir auch einen auftrag gegeben die jacke ist die jacke noch nicht fertig rückenschauer rückenschauer nein ab in den bunker rückenschauer an b bumm 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 hm die bauen ist wir weiter mit hier Rüten schau mal oder kommt noch was? oh oh alles nachts die sollen pennen was ist das eigentlich mit den fenstern? ja die sonne der herbst schick ja schick warte mal dann müssen wir jetzt nochmal hier die ganzen Lagersachen kriege ich die alle auf einmal? Lager hier kriege ich nicht hier kein rohes Essen und keine gekochten Mahlzeiten bitte und 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 mal sehr gut ist ja hübsch diese eine Ecke fehlt das kann ja sonst könnte ich ja schon Boden verlegen mhm mhm Stauwurm ist ja toll mhm 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 kühle mhm kühle mhm 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 kühle mhm 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 Vielen Dank. 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 Krass. Ja. 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 Cool. Ja. Ja. Ich hoffe es noch. Ja. Ja. Ich dachte so. Ja. 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 Ja.